Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich habe ein bisschen gefürchtet, dass inzwischen die Leute sich nicht mehr in die Augen ziehen, sondern vor sich auf so ein Tablett klotzen und selbst über die Straße gehen. Was wir brauchen, ist ein wirklich fundamentales Umdenken, nicht nur im Design, generell. Zum einen zurück, weniger und besser. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020